Frau Wagenert, schön, dass Sie da sind. Sagen Sie uns, wie viele Interessenten für Ihre neue Partei oder die Bewegung gibt es eigentlich schon? Oh, ganz viele. Also seit wir die Gründung angekündigt haben, ist eigentlich unser Mailfach völlig aus dem Rahmen gelaufen. Also es sind tausende Mails angekommen, sowohl bei dem Verein selbst, was auch besser ist, wenn die Leute dahin schreiben, aber eben auch in meinem Fach, in meinem Bundestagsfach. Ist tausende viel? Viele melden sich. Also ich finde, für einen Start von vor zwei Wochen ist das viel. Also sehr, sehr viel kam direkt in den ersten Tagen. Und es ist wirklich beeindruckend, wie die Breite der Gesellschaft sich widerspiegelt. Also da ist die alleinerziehende Mutter, da ist der Handwerksmeister, da ist der Selbstständige, der Kleinunternehmer, da ist die Rentnerin, die mit ihrer Rente nicht klarkommt. Also es ist wirklich ein Spiegel der Breite der Gesellschaft, die uns sagen, super, dass ihr das macht und wir wollen euch unterstützen und das macht viel Mut. Aber der Drang, quasi bei Ihnen vielleicht mitmachen zu können, Mitglied zu werden später in einer Partei oder sie zu wählen, kommt glaube ich auch wegen ihrer harten Haltung zu Migration und Asyl, oder? Ich denke, da spielt viele Themen eine Rolle. Natürlich wünschen sich viele Menschen, dass endlich die unkontrollierte Zuwanderung in den Griff bekommen wird. Und es haben ja auch die meisten Menschen nicht das Vertrauen, dass das mit den aktuellen Beschlüssen geschieht. Ich glaube das auch nicht. Und ich denke, wir sollten hier wirklich uns mehr an Dänemark zum Beispiel orientieren. Dieses Land zeigt ja, dass man das auch auf einer nationalen Ebene schaffen kann. Natürlich wären europäische Regeln besser. Es wäre gut, wenn es Asylverfahren an den Außengrenzen gäbe, vielleicht sogar in sicheren Drittstaaten. Aber das kann Deutschland nicht ganz alleine machen. Aber was wir machen können, ist hier die Anreize zu reduzieren und eine Situation zu überwinden, die wir derzeit haben, wo jeder eigentlich, der nach Deutschland kommt, egal ob er Asylanspruch hat oder nicht, de facto bleiben kann. Oder zumindest eine sehr große Wahrscheinlichkeit hat, dass er dann auch bleiben kann. Wir schaffen das einfach nicht mehr. Wenn ich es richtig verstanden habe, weil Sie sagten, Anreize reduzieren, geht es ja auch ums Geld. Also Sie wollen Leistungen, Sozialleistungen für Asylsuchende kürzen. Können Sie konkret sagen, welche Leistung und auf welches Niveau Sie kürzen wollen? Also es geht ja nicht um die Menschen, die wirklich einen Anspruch haben. Und es geht auch nicht um die Zeit, wo Asylverfahren laufen. Da müssen wir darüber nachdenken, wie wir die beschleunigen. Das können andere Länder auch besser. Also wenn man zum Beispiel hier Personal aufstockt, das kostet zwar erstmal Geld, aber wenn dafür die Asylverfahren in drei Monaten abgeschlossen sind, statt wie jetzt nach zwei Jahren oder über zwei Jahren, dann ist natürlich auch klar, nach drei Monaten weiß der Betreffende, kann er bleiben oder nicht. Und ab dann, finde ich, hat jemand, der keinen Asylanspruch hat, natürlich auch nicht mehr den Anspruch, diese Leistungen so zu beziehen. Dänemark hat das relativ klar geregelt. Also Sie würden das auf null kürzen? Auf null, also man kann Menschen nicht verhungern lassen. Aber in Dänemark ist es so, dass dann, wer keinen Asylanspruch hat, wirklich nur noch eine sehr minimale Leistung bekommt. Und gleichzeitig aber, das finde ich gut, ihm angeboten wird, dass er Geld bekommt, wenn er dann in seine Heimat freiwillig zurückgeht. Und ich glaube, dass viele Menschen das dann auch machen werden. Das Problem ist ja gar nicht, dass so viele Menschen dann noch kommen würden, wenn es dieses Signal gibt. Also in Dänemark war das so, in dem Augenblick, wo die Entscheidung getroffen wurde, das so zu handhaben, sind die Zahlen derer, die überhaupt beantragt haben, massiv runtergegangen. Und das ist es ja. Es geht ja nicht darum, jetzt ganz viele Menschen in Deutschland zu haben, die hier in einem minimalen Lebensstandard leben müssen, sondern es geht darum, das Signal in die Welt zu senden, wir sind überfordert, wir schaffen es nicht mehr. So menschlich verständlich ich das ja auch finde, dass Menschen in Länder wollen, wo sie besser leben. Das ist ja nachvollziehbar. Wir müssen auch mal darüber reden, aus welchen Ländern diese Menschen kommen und was dort los ist. Lassen Sie uns darauf gleich nochmal kommen, aber in Wahrheit kürzen Sie bei den Ärmsten der Armen, um dieses Signal zu setzen. Denn die Asylsuchenden sind nun mal die Ärmsten der Armen. Naja, die Frage ist ja eben, wir haben eben ein nationalstaatliches Prinzip auf dieser Welt. Die Frage war, ob Sie bei den Ärmsten der Armen kürzen. Die Ärmsten der Armen kommen nicht nach Deutschland. Die Ärmsten der Armen leben in Ländern, wo teilweise Hunger herrscht, wo furchtbare Verhältnisse sind. Und die können keine Schleuser bezahlen. Also es sind Menschen, natürlich denen es nicht gut geht, die hoffen, in einem reicheren Land besser zu leben. Ich finde das völlig nachvollziehbar, aber es ist eben nicht machbar. Und wir müssen gucken, wie sich unser Land auch dadurch verändert. Also wir haben natürlich, also Integration funktioniert auch nur, wenn die Zahlen relativ moderat sind. Wenn die Zahlen so groß sind, dann bilden sich irgendwann Parallelgesellschaften. Wir sehen das auch zum Beispiel in Frankreich. In Frankreich gibt es islamistische Viertel, die sind also wirklich in der Hand von radikalen Islamisten. Da wird die Scharia gepredigt, da wird der Hass auf die westliche Kultur geschürt. Das gibt es in Ansätzen, auch in Deutschland, noch nicht so stark. Es gibt auch viele gut integrierte Moslems, also um das auch nochmal zu sagen. Also nicht jeder Moslem ist sozusagen ein radikaler Islamist, das wäre völlig falsch. Aber es gibt in Deutschland Imame, die den Hass auf unsere Kultur predigen. Und ich finde, auch das dürfen wir nicht länger zulassen. Sicher. Allerdings die allermeisten, die gekommen sind, deutlich über eine Million. Und die jetzt, glaube ich, dann ja auch zu diesem Moment, wie Sie beschreiben, der Überforderung beitragen, sind ukrainische Kriegsflüchtlinge. Sollte man ukrainische Kriegsflüchtlinge angelegst der Lage weiter als eben Kriegsflüchtlinge akzeptieren und quasi pauschal unter Schutz nehmen in Deutschland? Ja, ich finde, wir hätten viel mehr tun müssen, schon seit Monaten, dass dieser Krieg zu Ende geht, dass es dort einen Waffenstellstand gibt. Wenn der Westen zum Beispiel auch Russland anbieten würde, wir verhindern oder wir liefern keine Waffen mehr, wenn Russland einem Waffenstellstand zustimmt. Und dann muss es endlich Verhandlungen geben. Dann wäre das ein Weg. So hat man immer auf Waffenlieferungen gesetzt. Es wurde uns immer erzählt, wenn wir Panzer liefern, wenn wir Kampfjets liefern, dann wird die Ukraine siegen. Aber die Front verschiebt sich gar nicht mehr. Also wir müssen diesen Krieg beenden. Und natürlich bei den ukrainischen Flüchtlingen, also wer aus einem Kriegsgebiet kommt und dort in seinem Leben bedroht ist, der muss auch Schutz bekommen. Das sagt auch die Genfer Flüchtlingskonvention. Aber es gibt natürlich auch durchaus Fälle und das wird ja auch immer, also hatten wir zum Beispiel, weiß ich das auch aus Merzig, wo ich ja wohne, wo ukrainische Flüchtlinge hier Leistung beantragen und dann in ihre Heimat zurückgehen, dort eigentlich leben, in der Westukraine. Also Sie meinen, nicht aus jedem Eck der Ukraine ist man ein Kriegsflüchtling? Zumindest muss man sich ansehen, wenn Ukrainer in ihre Heimat zurückfahren, dort faktisch leben und nur herkommen, um die Leistung zu bekommen, dann, muss ich sagen, stehen da natürlich große Fragezeichen. Kennen Sie da konkrete Fälle, weil Sie jetzt davon sprechen? Kennen konkrete Fälle, ja. Also zum Beispiel in meiner Heimatstadt wurden ganze Häuser gemietet für ukrainische Flüchtlinge und die Nachbarn haben sich gewundert, dass da nie einer ist. Also das gibt es auch, ohne jetzt, wie gesagt, pauschalisierend zu sagen, also alle Ukrainer, die hier sind, wollen Sozialleistungen erschleichen. Das wäre auch völlig falsch. Es gibt Menschen, und das ist ja auch furchtbar, die haben ihre Heimat verloren, da ist alles zerstört, die haben vielleicht auch Familienmitglieder verloren. Also es gibt schlimme Schicksale, und diesen Menschen muss man helfen, aber die wichtigste Hilfe wäre, diesen Krieg endlich zu beenden. Und da könnte auch Deutschland, könnte die USA, könnte der Westen wesentlich mehr tun, weil das Setzen auf die militärische Karte, das ist ja der bisherige Weg, der wird nicht aufgehen. So wird dieser Krieg ewig weitergehen. Lass uns jetzt mal einen Moment bei dem Sozialen bleiben. Weil Sie auch sagten, man müsste Rentner besser stellen, mittelständische Unternehmen, also kleine Handwerksbetriebe, Familien, Steuerzahler aber auch. Wen würden Sie eigentlich nicht besser stellen? Also es gibt natürlich in Deutschland auch sehr, sehr viel Reichtum. Es gibt Menschen, die in den letzten Jahren, selbst noch in der Krise, enorm an Vermögen dazugewonnen haben. Gucken Sie sich an, was große Unternehmen in Deutschland an Dividenden ausschütten. Ich finde, man muss unterscheiden. Wir haben einen zum Glück noch halbwegs soliden Mittelstand. Der steht unter Druck, nicht weil wir den besteuern wollen, sondern weil die Rahmenbedingungen immer schlechter geworden sind, weil wir wegen eines schlechten Bildungssystems akuten Fachkräftemangel haben, weil die Energiepreise so hoch sind. Und auch der Kompromiss jetzt bei der Stromsteuer, der ist gut, aber er reicht nicht. Also die Energiekosten in Deutschland sind überproportional. Also da müsste man entlasten. Und ich will auch nicht Mittelständler stärker belasten. Aber ich finde es schon ungerecht, dass zum Beispiel Kapitaleinkommen, also das ist ja, wenn jemand sein Geld anlegt, viel, und gerade bei Dividenden, viel weniger besteuert werden, als wenn Menschen fleißig arbeiten. Also das kann man eigentlich nicht rechtfertigen. Für jemand, der arbeitet, sollte auf keinen Fall höher besteuert werden. Und da kann man vieles ändern. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass es überall mehr Geld braucht. Also schauen Sie sich zum Beispiel unser Gesundheitswesen an, unser Gesundheitssystem. Bevor wir aus Gesundheitswesen kommen, eine Frage noch. Sie sagten gerade, Energiepreise, da müsste man auch die Menschen entlasten. Das könnte man ja tun, indem man versucht, wieder billiges Gas aus Russland zu bekommen. Wären Sie dafür? Also ich sehe kurzfristig keine andere Lösung, um die Energiepreise zu senken. Wir haben ja versucht, dass... Als Gas aus Russland zu beziehen. In größeren Stilen. Wir beziehen immer noch Gas aus Russland. Die Absurdität dieser Sanktionen... Aber lange nicht so viel wie früher. Nicht so viel wie früher. Aber es ist doch irgendwie völlig unlogisch, dass man sagt, also bei dem Kriegstreiber Putin dürfen wir nichts mehr kaufen. Bei dem Hamas-Finanzier-Katar bettelt unser Wirtschaftsminister mit einem tiefen Bückling, dass wir Gas bekommen. Das sind doppelte Standards. Wir müssen unsere Vorteile sehen. Und ich denke, unser Vorteil wäre, jetzt wieder auch russische Energie zu beziehen, weil wir können die Energiebedürfnisse unserer Volkswirtschaft nicht nur durch Sonne und Wind stillen. Das geht einfach nicht. Und deswegen gibt es kurzfristig meines Erachtens keinen anderen Weg. Und nochmal, wir beziehen es. Wir beziehen zum Beispiel Flüssiggas, also wir beziehen viel Gas jetzt aus Belgien. Belgien hat aber gar kein Gas. Belgien hat aber ein großes Flüssiggasterminal und da kommt russisches Gas an. Oder wir beziehen Öl jetzt neuerdings sehr viel aus Indien. Aber würden Sie Wladimir Putin als Lieferanten vertrauen, nachdem er, glaube ich, ab April 2021 die Speicher in Deutschland gar nicht mehr hat befüllen lassen? Also weit bevor der Krieg losging, hörte das Liefern, wie soll man sagen, vertragswidrig schon auf. Also kurze Frage, würden Sie Wladimir Putin als Lieferanten noch einmal vertrauen, so wie man ihm vertraut hat? Ich habe kein Vertrauen zu Wladimir Putin. Ich beobachte aber, dass Russland schon seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. Ich meine, Sie beliefern zum Beispiel immer noch eine Pipeline, die für Sie eigentlich die schlechteste ist, nämlich die, die durch die Ukraine geht. Da profitiert Ungarn davon, andere Länder und die Ukraine auch, weil sie nämlich Durchleitungsgebühren kassiert. Das macht Gazprom völlig so, wie es in den Verträgen steht. Russland hat auch angeboten, diesen einen Strang, der trotz dieses Anschlags von Nord Stream übrig geblieben ist, wieder zu beliefern. Dann müsste man natürlich über Vertragskonditionen, über Preise reden. Aber wie gesagt, ich sehe, was sollen wir denn machen? Wir haben beschlossen, aus dem Atom auszusteigen. Die Atomkraftwerke sind jetzt abgeklemmt, die kann man auch nicht kurzfristig einfach wieder reaktivieren. Wir haben sogar noch beschlossen, jetzt irgendwie 2030, 3035 aus der Kohle auszusteigen. Ja, irgendwo muss ja der Strom herkommen. Und ich finde da auch die Bundesregierung, das ist so planlos, so inkompetent. Also man setzt auf stromintensive Technologien, Wärmepumpe, Elektroauto. Man hat überhaupt keinen Plan, wo der Strom herkommen soll. Und dadurch wird er natürlich auch immer teurer, so wie wir es jetzt machen, wird das Energiepreisproblem für Deutschland nicht gelöst werden. Frau Wagenrecht, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.